Russland hat eine Propagandakampagne gestartet, um die Moral seiner Piloten im Falle einer Konfrontation in der Ukraine mit amerikanischen F-16-Kampfflugzeugen zu stärken. Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlichte ein Interview mit einem russischen Su-35-Piloten. Unser Team ist vollständig darauf vorbereitet, der Herausforderung der F-16 zu begegnen. Der Pilot erklärt weiter, dass sie die Fähigkeiten und Schwächen der F-16 sorgfältig analysiert haben. Laut dem Piloten, der nur mit dem Namen Alexander identifiziert wird, übertrifft die Su-35 die amerikanische F-16 mit fortschrittlichen Merkmalen, darunter eine überlegene Radarreichweite und Langstreckenraketenfähigkeiten. Das russische Verteidigungsministerium betonte außerdem, dass Su-35 Kampfflugzeuge ständig über der Ostsee patrouillieren, um den russischen Luftraum zu schützen und die Wachsamkeit auf einem hohen Niveau zu halten. Die Su-35 ist eine der Waffen, auf die Wladimir Putin besonders stolz ist. Sie ist in der Lage, Raketen abzufeuern und Ziele aus großer Entfernung zu treffen sowie Luftabwehrsysteme zu überwinden.